Ich wäre im Angesicht derer, die sich so auf den Besuch gefreut haben, die ich vier Jahre vertrösten musste, wie sie endlich kommen konnte, eingeschlafen, weil ich übermüdet gewesen wäre. Ich glaube, das hätte keinen Freund gefunden. Der neue Part macht ein Aufmerksamkeit, er kommt bestimmt im Reno-Crio und reint den Glanz der Kirche an, Richtung Krieg, bis es glatt nach Rio. Was geht denn, ist los? Ich hebe die Hand und die Menge tanzt. Die Armut verschwankt bei meiner Antwort, einfach wie vor Gottes Hand. Wer ist Petrus? Wer ist Pius? Wer ist Benedikt? Es ist der T-Bart, der auf Feten jedes Mädel kriegt. Denn mein KV ist schick und mein Budget ist dick. Ich leb im Frühliebant, das heißt, ich geh kein Rau. Mich hat die Dreifaltigkeit gezeigt, als Zeit zu Lebzeit bin ich reich. Und danach spricht man mich heilig, manche begreifte ich, wie peinlich ist bitte deine Gemeinde. Zeit für dein Haus, ne Millionenheit, kommst du knapp 31. Der Trumpel-Shop von Elst hat die Klunker schon bestraft. Das Jacuzi-Kaufbänden verschlingt uns um an Geld. Limo brauchte dringend ne optische Verbesserung. Jedes andere Bauwerk wäre reine Gottes Glöckung. Ich hab jetzt auch vor Gottes Land, ich hab mega viel Geld. Ich bin T-Bart-Zwan-El, T-T-T-Bart-Zwan-El. Christus wohnt im Vatikan, doch heißt nicht T-Bart-Zwan-El. Ich bin T-Bart-Zwan-El, T-T-T-Bart-Zwan-El. Wo man leider von euch was zu werden, Schläger bestellt. Denn ich bin T-Bart-Zwan-El, T-T-T-Bart-Zwan-El. Für die Kosten explodieren wird die GEMA geplägt. G-G-G-GEMA geplägt. Ich bin T-Bart-Zwan-El. Das Miet bedrückt ist, das Christentuch schreit und wünscht meinen Rücken. Aber ich bleib an der Spitze, Big Els ist einfach zu büten. Ich mach in Malbach ein Dreier mit Missy Elliot und B-Groovey. Wie ich bei Wasser spritze, wird auf ich all meine Witze. Hilf sich's auch, wie ich ne verbrassene Hau auf Jungfrau zurückhält. Doch jetzt genug von den Witzen, ich bin im Nu-Wasser-Christen. Wann bin ich erst mal im Himmel, dann kannst auch du dich verpissen? Mein erster Amtsakt wird ein Portenkratzer, nagelneu mit Kreuz geplastert. Ja, so läuft das alles laut, der Neue ist ein deutscher Hatzler. Ja, was war los im Vatikan? Hier müsst ihr ja auch nicht ran. Sonst kann ich eure Gewinne nicht hören bei Forza und Ferrari fahren. Die 10 Gebote sollst du lieben und eben, da steht das Haus deines Nächsten. Solltest du nie was begehren. Ich bin mit Schaufer-Wasser-Plan, ich hab mega viel Geld. Ich bin T-Bart-Zwan-El, T-T-T-Bart-Zwan-El. Es ist los wohl im Vatikan, doch heißt nicht T-Bart-Zwan-El. Ich bin T-Bart-Zwan-El, T-T-T-Bart-Zwan-El. Um mal leider von euch was zu werden, Schläger bestellen. Ich bin T-Bart-Zwan-El, T-T-T-Bart-Zwan-El. Wie kostet ein Expo-Bitern, wird die GEMA gepland. G-G-G-GEMA gepland, ich bin T-Bart-Zwan-El. Ähm, eine Frage war, bitte okay, der Bischof hat Termine. Ja? Dringende Termine. Ja, ja.